ich bin jetzt mal in die küche gegangen ja ich werde jetzt mal ein bisschen was machen ich muss hier mal ein bisschen was tun die küche sieht aus ja ich hatte ja heute mittag das ist nicht schön das licht ich hatte ja heute nachmittag hatte ich ja reis gekocht im reiskocher und in einem tiefkühlladen in berlin und da habe ich so hähnchenteile geholt paniert man das ist so zarte zerfällt im mund ja und noch ein paar andere sachen der teig mit katharina zusammen gemacht wir haben schön eingekauft zu hause habe ich dann gekocht reis mit den dingern da und noch hähnchen also diese hähnchenteile schnitzel und braune soße hatte sie sich gewünscht und dann hatte ich noch zwiebeln angebraten das war ein hervorragendes essen hat wir zu uns genommen